Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Liebig, ich bin der Inhaber von Dermatzent und Ihr Hautarzt. Unsere Praxis befindet sich praktisch gelegen im Zentrum Münchens im Münchner Hackenviertel. Sie können einerseits uns über den Marienplatz erreichen, hierbei stehen Ihnen U-Bahn und S-Bahn zur Verfügung. Andererseits gibt es den Sendlinger Torplatz mit U-Bahn, Tram und Busanschluss. Ferner liegt die Praxis praktisch gelegen inmitten von mehreren Parkhäusern. Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag, jeden Tag von 8 bis 19 Uhr, Donnerstag sogar bis 20 Uhr und an Samstagen von 9 bis 13 Uhr. Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung, Ihr Christoph Liebig.